Politisch ist Berlin ganz klar linksgrün. Oder? Stimmt nicht so ganz. Zumindest bei Berlin-Wahlen ist die Stadt immer noch ziemlich geteilt. Im Osten links, im Westen konservativ. Und das ist schon seit einer Weile so. 1990 haben die BerlinerInnen das erste Mal zusammengewählt. Übrigens seitdem nie wieder mit einer so hohen Beteiligung. Das Ergebnis war ziemlich deutlich. Fünf Jahre später war die Wahlbeteiligung niedriger. Die CDU blieb aber stärkste Kraft. 2001 dann der große Knall. Die regierende CDU hatte sich in den Bankenskandal verstrickt. Die Große Koalition platzte und die SPD hat das Rennen gemacht und ging prompt mit der Linken zusammen. Eigentlich ein selbstgesetztes Tabu. Rot-Rot musste aber erst mal sparen, kam nicht so gut an. Die Grünen legten nämlich weiter kräftig zu. Die SPD und CDU schwächelten immer weiter. Und so gab es 2016 die erste Dreier-Koalition. Rot-Rot-Grün. Und im Abgeordnetenhaus wechselten wild die Farben. Die FDP war wieder drin. Und zum ersten Mal auch die AfD. Die konnte sogar direkt sieben Wahlkreise für sich gewinnen. Alle im Osten. 2021 konnte die Dreier-Koalition zwar nochmal ihren Rückhalt unter den Wählern ausbauen. Aber wie wir wissen, die Wahl lief nicht ganz so fehlerfrei. Und darum wird im Februar schon wieder gewählt. Ihr seht also, die Wahlergebnisse sind durchaus bunter als manche denken und nicht nur linksgrün. Was denkt ihr? Wie wird das politische Berlin nach der Wiederholungswahl aussehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.